Aber Derrod hat ein Unterwasser, das war so großartig, als er ist süß, und ich wollte euch beide helfen. Aber du hast mir erst geholfen. Ja, ich habe das gemacht. Ich wünsche, dass wir beide es geschafft haben, du weißt? Ich auch, Curly. Ja, ja, ich wünschte, ich hätte auch beide retten können. Naja, man kann das nicht einfach... Oh, der labert meine Klemmeteilen voll, oh mein Gott. So großartig. Das sag ich zu dir, mein Freund. Aufgegangen? Glenn hat den anderen. Oh, ich bin sorry. Danke. Ich weiß, dass ich schwer sein muss. Ich bin einfach schade. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Aber das ist so, wie ich mit meiner Mutter und meinem Vater gesprochen habe. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir einen anderen finden. Ich werde nur diesen, glaube ich. Lee, komm hier für einen Moment. Hm. Oh, Mann. Clementine. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist ein Körger. Und du gehst näher meiner Mutter oder stehst auf eine Linie. Und so wird alle anderen. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß nicht, wer du bist. Und ich gebe dir eine Scheiße, was dir passiert. Aber wenn was mir mit meiner Mutter passiert oder die kleine Mädchen, die du mit dir hast, Ich sag's nicht gern, aber Fick dich, Junge. Hey, Lee? Hast du eine Sekunde? Ja, was denn? Du wolltest mich auch umbringen. Ja, schade ist dann nicht, dass er überlebt hat. Ja. Ja. Du kannst nicht so sein. Du bist nur ein Mann. Ich weiß nicht. Du bist nur ein Mann. Wir sind Glück, dass du dich haben. Ich hoffe, dass das mit uns gewinnen ist. Ich hoffe, dass das so ist, dass wir das Ding gewinnen. Mir auch. Der Motorrad ist ziemlich verankert. Wir blocken die Entrenzen mit einigen Autos, und halten jemanden auf die Beine. Wir können hier bleiben, bis das Militär durchdrehen wird. Ich glaube, dass es mit diesem Plan geht. Es wird kein Militär kommen. Wir haben die Beine, wir haben Wasser und, und wichtiges Grund, wir haben Licht. Es sind Schmerzen, die zu Hause zu holen. Ja, du bist richtig. Ihr wisst, Leute, ich glaube, es wird okay sein. Und boom, da geht das Licht aus. Na. Super. Jetzt haben wir kein Licht mehr. Fortz, was soll das denn? What's the fuck? Alles wird gut. Jetzt mal bei The Walking Dead. Ja, guckt uns mal den Vorspann, im Vor-Trailer, im Preview-Trailer an. Ha. Ich dachte, wir wären gut, wenn wir die Walkers übernommen. Ich dachte, wir wären gut, wenn wir die Walkers übernommen. Ich dachte, wir würden uns aus. Ich will, das zu haben, okay? In case du oder Clementine beginnst fühlen zu schmerzen. Du wirst mir nichts wissen, Carly. Wie machst du, Clementine? Ich bin wirklich leitig, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Derry. It's beautiful. Don't repeat what happened with the Walkers at Herschel's Farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The Walkers don't worry any as much as the bandits. Oh, hab ich ein neues Gesicht gesehen? Aua. Ach du Scheiße. Hunger und Hilfe. Was geht denn da ab? So. Aufrichtigkeit. Herrscher Angelung. Du und 30 der Spieler haben die Wahrheit gesagt. Wen würdest du retten, Duck oder Sean? Du und 47% der Spieler haben Sean gewählt, okay? Loyalität auf Kennys Seite. Du und 48% der Spieler haben Kenny verteidigt. Gnade. Irene die Waffe gegeben. Du und 45% der Spieler haben die Waffe gegeben. Okay. Und wen würdest du retten, Duck oder Kali? Und du und 76% der Spieler wählten Kali. Okay. Ähm. Machen wir mal fortklicken. Kommt jetzt, ja erstmal kommt Abspann. Kommt bist du auch Kaffee oder hin, Mathe? Du und 48% das sind irre in deraren Ahnung. Kommt hier, gemäß uns verraten mit's. Das wir alles heute kennen, ich bin gegnerin. Und wenn wir die Hände haben. Es geht gerne malen. Dann muss mir doch malen. Will it threaten an engineering cast? Da sieht man auch noch mal die Synchron-Sprecher der englischen Fassung. Ok, die reden ja auch so englisch. Rebekka Schweizer. Spezial-Chanks. Also spezielle Dankgrüße. Und ich. Interessant. All Whites Reserved. So. Da steht nochmal All Whites Reserved in Telltale Inc. Ok, dann sage ich auch erstmal bis zur nächsten Folge The Walking Dead. Beziehungsweise sage ich Tschüss. Ach. Quatsch. Ich gehe jetzt einfach hier auf. Spiel. Hilfung. Hunger. Komm starten wir es einfach. Jetzt kriegen wir glaube ich noch einen Trailer. So war das glaube ich. Also im Vorspann. Das ist da. Diese lästige Trailer Sequenz glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Es gibt insgesamt fünf Kapitel von dem Spiel. Wir spielen jetzt. Ähm. Hunger und Hilfe. Weiß nicht wie das wird. Das wäre aber. Klang schon mal interessant zum Beispiel der Preview Trailer den wir ja gesehen haben. Vor wenige Minuten. Und was hat denn die Uhrzeit? Ja die Uhrzeit hat noch Zeit. Was bisher geschah. Ja sowas halt. Ich weiß wer du bist. Ich habe noch einen guten. BAM. Du bist so allein durch das. Ja. Ich möchte meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Und du? Du schaust auf die dritte Seite. Du bist unser Lookout. Du hast es. Du hast es. Und ich bin Karli. Okay Karli. Du kannst du mit Dug mit dem. Du hast es. Du hast es. Sonne. Eine von ihnen ist bitten. Wir haben ihn mit ihm. Mit dem blöden Ende eines Handels. Niemand. Und er schreckt mein Junge. Oh mein Gott. Und ich gebe keine Scheiße über was zu dir passiert. Aber wenn irgendwas zu meiner Tochter passiert. Oder die kleine Mädchen die du mit dir hast. Du schaust deinen Schein. So und das war der. Was bisher geschah. Spannend. Typische Spielreihe. Passt nicht hin. Ja. Das heißt. Auch von aus. Letzten Kapitel gehen die Entscheidungen noch mit rein. Wie wir uns entscheiden. So verhalten sich die Personen auch zu uns. Täter Games präsentiert. Täter Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybone Entertainment. Täter hat Helme. Drei Monate später. Okay. Wo sind wir hier eigentlich? Und wer bist du denn eigentlich? Rekord? Das ist ein Schlup. Ja genau, lassen Sie den Carlin fliegen. Ja genau, lassen Sie den Carlin fliegen. Manchmal bedeutet das, dass jemand ein Essen hat. Du denkst, dass Kenny noch mehr Glück hat, als wir hier sind? Ich hoffe sicher. Ja, das ist okay. Ja, zwischen dem Essen und dem Kenny und Lilly, all die Zeit zu kämpfen, Dinge sind ziemlich intensiv nach dem Motor Inn. Du kennst, Kenny hat darüber gesprochen, ob er das R.V. zu gehen kann. Kenny will nicht uns abhängen. Er ist ein guter Mann. Ich glaube, wir sehen uns. Ich kann ihn nicht verraten. Du hörst, Larry, auf ihn zu verraten? Was das der Manns' deal? Er sieht, dass er ein Problem mit dir in particular hat. Er ist ein altes R.V. zu gehen. Das ist sein Problem. Er braucht das zu überlegen, und zu finden, ein Weg zu holen. Problemen sind nicht, wir sollten alle hier draußen versuchen zu finden. Und ich weiß, dass Lilly glaubt, dass er stärker wird. Aber der Mann ist all Muscle. Er ist ein schweiziger Fahrzeuger. Ich weiß, dass ich nicht in einem R.V. zu gehen wollte. Und hat er dich nicht in der Gesicht? Ja. Und der soll man ihn noch mögen und verteidigen. Puh, ich bin doch nicht blöde. Scheiß Rassisten 200. Ey, was haben wir ihm getan? Ja gut, wir haben Scheiße gebaut. Aber er weiß doch gar nicht, warum. Ich weiß das auch nicht so genau. Irgendwas mit dem Senator. Ja. Und an dem Vogel ist nichts dran. Was ist das, Kenny? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Come on. Los, come on. So, da rennen da. Schneller. Immer schneller. Oh, da schreibt immer. Ich krieg noch einen Schluck Kaffee. Ich weiß nicht, Kenny. Ah. Jesus Christ. Oh, shit. No, no. Please don't kill us. We just wanna help our teacher. We'll leave, I swear. Lee. You guys okay? Get it off. Get it off. Goddammit. Get it off me. Travis. Maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay. We're not gonna hurt you. Don't listen to them, Ben. Please, just let us go. Oh, Ben. We're not a threat to you. We can't chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Lee, this is fucked up. We gotta help. Please. Ben, shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. We gotta get him out of there. Yeah. Oh, God. Thank you. Fine. But you gotta hurry. Ja, I'm going to hurry. Hurry, please. Hurry, hurry. Nein, and there's already coming these... Fratzen. He has to have no release. He has to have no release. He has to have no release. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Shit. Walkers. Now we're never leaving. Please. Now we're never leaving. Please. Get me out of this. Yeah. I want to. Get the boys back. Get the boys back. Get the boys off of me. So. Ehhh. How the fuck do you get these things open? We don't know. Haha. Do something. It's impossible. Locks or something. Hurry. Please. Get me out of him like this. Try to get the chain. There has to be a way out of this. You're just gonna go away. No 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 no. Stop. Stop. I don't know. Fuck, fuck. Let's go away. I don't have to go away. Shit. Fuck. God damn it. Come on. Try something. Come on. Do something. That's not going to open. Damn it. Lee just cut off this busted leg. I don't. Stop. I'm sorry. Okay, okay. Okay. Junge, wir müssen leider deinen Fuß amputieren.